Hallo, ich bin Ben. Heute habe ich eine Sour Cow Tofu Bacon mit Salat. Machen wir anfangen? Zuerst Salat Dressing. Habe ich schon gemacht? Wenn du möchtest, klick unten in die Infobox auf den Rezept Link. Ganz einfach gerecht. Jetzt mache ich die Bacon. Räuchertofu grob reiben. Jetzt räuchertofu anbelaten. Etwas Öl. Räuchertofu. Zwei Minuten anbelaten. Ihr anbelaten den Tofu. Für das Alomel entfalten. Für dieses Rezept ist sehr wichtig, drei Zutaten. Räuchertofu. Sauerkraut. Habe ich schon ausgepläst und hacken. Ist wichtig, sonst Sauerkraut zu feucht. Sauerkraut ist ein wunderschöner Geschmack. Aber ein bisschen sauer. Deswegen Karotten. Und Jackkorn-Sirup. Für das Geschmack ein bisschen Balance. Weiter. Für diese Bacon draußen ein Krusprig ist. Vollkornlinkelmehl. Und Backpuffer. Das macht ein Krusprig. Pettacillie. Für ein bisschen Kräutergeschmack. Dabei. Ein Pizze Kayanpfe. Das scharf. Wenn für Kinder. Muss es nicht geben. Leimsalmon habe ich schon gemerkt. Das ist für diese Teig zusammen gut verbinden. Wenn du zu Hause keine Reise. Kannst du mit Kartoffelnsteak oder Meistek. Na, am Schluss. Ein bisschen Salzpfe. Würze. So. Alle zusammen gut vermengen. Weiter. Faksturken. Sees diese Teig. Jetzt mit Eis portionieren. Sehr kühl, gell? Und so damit ein bisschen Fleisch machen. Beide Seiten Teig. Drei bis vier Minuten ausbacken. Jetzt servieren. Und genießen. Krusprig. Danke Wuchuschein. Bis alles mal. Tschüss. Tönt 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 Vielen Dank.